Ich glaube der Ben ist ja enttäuscht von mir, weil der Barkeeper hier im Hause war. Aber ohne den wäre dieses Ben da. Verzweiß mal, Alter. Und? Ich sage, er guckt nicht zu und dann kommen die Witz. Dieser Ben, auf den ist immer Verlass, das ist Abschlugkrank. Das ist, das ist ein Witz. Ok, Ben, 40 Euro, das ist doch mal ein Wort. Der Barkeeper muss dauerhaft aus dem Hotel entfernt werden. Erst kommt der Dom Perignon, eine Flasche und dann gehört der Auserbaut. Dafür sog ich eigenhändig. Eine Flasche Dom Perignon, den sauf ich alleine im nächsten Stream. Und dann kommt der hier nicht mehr rein. Egal was der sagt, ich lass den trotzdem nicht mehr rein. Na Junge, denkst du ich? Ich will den verdallenen Dom Perignon. Ehhhhh. 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 Ehhhhh.